Die Raumfahrt-News. Das Starship ist laut SpaceX und FAA bereit für den nächsten vollintegrierten Flug. Was sagt der Fisch- und Wildtier-Service? Ja, das Rennen um die erste kommerzielle Mondlandung könnte Ende diesen Jahres bereits entschieden sein. Vielleicht gibt's ja doch bald Käse auf dem Mond. Die Niederlande sind nämlich diese Woche den Artemis Accords beigetreten. Das chinesische Ice Space startet und landet erfolgreich seinen Prototypen für einen wiederverwendbaren Falcon 9-Klon. Die Deep Space-Sonde Lucy absolviert unbeabsichtigt die ersten beiden Asteroiden-Vorbeiflüge. Der Dream Chaser bereitet sich endlich auf seinen ersten Weltraumaufenthalt vor. Wird der Außenseiter Sierra Space noch vor Boeing Starliner Payloads zur ISS bringen? Außerdem weiht das deutsche Isar Aerospace den ersten Startplatz für Orbitalraketen in Kontinentaleuropa ein und bereitet sich auf den Erststart vor. Ist das das Ende vom Logistik-Albtraum Kuru? Das und noch viel mehr schauen uns heute in den Raumfahrt-News der Woche an. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, der Brennkammer für deutschsprachige Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Fangen wir direkt mit dem heißesten Thema an. Genau, der nächste Starship-Start. Aktuell überschlagen sich ja die Ereignisse. Am Freitagabend kam der X-Post von SpaceX. Sie rechnen mit einem Starship-Start Mitte November. Und eine neue Eintragung auf der SpaceX-Webseite, die über den zweiten Starship-Flugtest informiert, ist auch erschienen. Ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es jetzt wirklich ernst wird. Zusätzlich wurden ausgewählte Creator von SpaceX benachrichtigt, dass sie ihre Kameras für den Start aufstellen können. Jetzt wird es wirklich ernst und die allgemeine Anspannung lässt den Schluss zu, dass es wohl eher eine Frage von Tagen als von Wochen ist bis zum nächsten Start. Da auch hier der Hinweis, ab sofort bis zum Starship-Start werde ich wieder tägliche kurze Updates zu den Starship-Startplanungen geben. Ich weiß, wir leben in einer Welt mit zu vielen Notifications, aber ich denke, aktuell ist es angebracht. Bitte im Zweifelsfall nicht genervt sein. Das soll für euch ein Service sein. Wenn ihr diese täglichen Updates nicht verpassen wollt, zusätzlich zum Abo am besten die Glocke an und in den YouTube-Einstellungen die Benachrichtigungsfunktion eurer Wahl eintragen. Tatsächlich kam Anfang der Woche auch von einer staatlichen Stelle ein erster Hinweis auf den Start. Die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, kurz FAA, gab nämlich am 31. Oktober bekannt, dass sie die Sicherheitsüberprüfung der Lizenzbewertung für das Starship abgeschlossen habe. SpaceX hat damit einen sehr, sehr wichtigen Schritt in Richtung einer Starterlaubnis gemacht. Die FAA hatte ja am 8. September die Untersuchung der Vorfälle vom ersten Flug am 20. April abgeschlossen. Dabei wurden 63 Korrekturmaßnahmen für SpaceX identifiziert. Davon betrafen 27 die öffentliche Sicherheit, also der Schutz von Leib und Leben sowie Eigentum. Und die mussten natürlich vor einem erneuten Start korrigiert werden, was nun wohl zur Zufriedenheit der FAA erfolgt ist. Starship 25 befindet sich aktuell, während ich das hier aufnehme, auf den Chopsticks neben Super Heavy Booster 9. Es kann sehr gut sein, dass es hier nur noch auf ein Flugabbruchsystem wartet, um dann ein letztes Mal zu seinen insgesamt über 120 Metern zusammengesetzt zu werden. Wie schnell das Stacken, das heißt das Aufsetzen am Startplatz mittlerweile abläuft, das zeigt sehr gut einen Zusammenschnitt von NASA's Spacelight, das alle Stacks von Booster 9 und Ship 25 im gleichen Zeitraffer zeigt. Fallen euch da auch sofort Menschen ein, die auf keinen Fall einen Prozess ändern wollen, der schon mal funktioniert hat? Ja, bei SpaceX dagegen kann man gefühlt in jedem Prozess den Willen zur Verbesserung sehen. Am Anfang immer an der Grenze so peinlich und dilettantisch und dann aber nach wenigen Iterationen in erstaunlicher Geschwindigkeit. Im Umland um den Startplatz wird übrigens aktuell noch Material vom letzten Flugtest beseitigt. Das ist über die Sommermonate wohl nicht geschehen oder zumindest nicht in letzter Gründlichkeit, um, wie ich auf X gelesen habe, die Brutperiode von Seefügel nicht zu stören. Nochmal zurück zum Thema Geschwindigkeit. Wenn wir uns die Zahlen auf diesem Twitter-Bild von der stellvertretenden NASA-Direktorin Pamela Melroy ansehen, dann ist SpaceX mittlerweile bei fast 400 produzierten Raptor-Triebwerken angelangt. Ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Starship ist nicht nur eine spinnerte Idee eines spinnerten Milliardärs. Die NASA verlässt sich darauf bei ihrer Mondlandung, und zwar mit Crew. Die Woche machten zwei Bilder auf Social Media die Runde, die von SpaceX stammen sollen und ein überarbeitetes HLS-Starship darstellen sollen. Ob das so stimmt, das müssen wir nochmal schauen. Dazu passend hatte der Leiter der Crew-Raumfahrt bei SpaceX, Benji Reed, auf dem von Braun Symposium gesagt, dass ein Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des Starship-Landers HLS für das Artemis-Programm auf dem Antrieb, der Navigation und der Steuerung liegt, sowie auf thermischen Kontroll- und Energieerzeugungssystemen. Weiter sollen eine Reihe von Meilensteinen erreicht worden sein, was maßgeblich aus dem riesigen Erfahrungsschatz kommt, das mit dem Dragon-Programm zur internationalen Raumstation aufgebaut wurde. Die größte Herausforderung bleibt laut SpaceX aber, das komplette Starship erst einmal zum Fliegen zu bringen. Aber nicht nur die NASA verlässt sich auf das Starship. Für SpaceX weitere Geschäftsentwicklung, vor allem für den Starlink-Internet-Service, hat Elon Musk mehrfach betont, wie essentiell das Starship ist. Da hat mich die Nachricht fast schon überrascht, dass Starlink laut eigenen Angaben den Break-Even-Punkt erreicht hat. Das sagt erst einmal nichts über die vergangenen Investitionen für Starlink und wann die reingeholt werden, aber es bezeichnet den Punkt, an dem die Einnahmen und die Ausgaben sich decken. Fast zeitgleich wurde übrigens der Preis für Hardware und Services in Deutschland massiv gesenkt. Mit 299 Euro für die Hardware und 50 Euro für den Service ist man jetzt schon im Bereich von Breitbandanschlüssen. Der potenzielle Kundenkreis weltweit ist riesig und der potenzielle Umsatz mit Sicherheit auch. Ich denke, mit dem Erreichen des Break-Even-Points ist es nur eine Frage von Monaten, bis Starlink an die Börse geht. Mein Tipp für einen Starlink-Börsengang-Termin, der wäre kurz nachdem Starship seine erste Ladung Starlink V3 der nächsten Generation ausgesetzt hat, vermutlich Mitte nächsten Jahres. Für senkrecht Starter-Zuschauer nichts Neues. Die Zeit der staatlichen Raumfahrt hat ihren Zenit überschritten und die größten Umsätze kommen eben nicht mehr von staatlichen Aufträgen und Systemen, sondern die sind datengetrieben, wobei noch immer die US-Regierung der größte Einzelkunde sowohl bei der Hardware als auch bei Einkauf von Services sein dürfte. Guter Indikator, wo die Musik spielt, die Startaufträge durch die US Space Force. Dort wird bestimmt auch wegen des Zuwachs an Fähigkeiten von Chinas geklotzt. Zu den 34 ursprünglich für den Zeitraum bis 2025 geplanten National Security Space Launches kommen jetzt noch einmal 21 Raketenstarts dazu. Davon gingen 11 Starts für insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar an ULA und 10 Starts für 1,23 Milliarden US-Dollar an SpaceX. Also jeweils grob 120 Millionen US-Dollar pro Raketenstart, wobei wir ja noch nicht wissen, in welcher Konfiguration die Raketen fliegen und welche Starts bei SpaceX mit Falcon Heavy oder Falcon 9 geflogen werden. Ja, und ob die Booster wiederverwendet werden. In den USA wird gemunkelt, dass die verspätete Einführung der neuen Vulkan-Rakete ULA hier einige Starts gekostet haben dürfte, die nun an SpaceX gegangen sind. Die Vulkan-Rakete scheint aber nun wirklich auf der Zielgeraden zu sein. ULA-CEO Tori Bruno teilte fleißig neue Bilder der Rakete für den Qualifizierungsflug Third One. Nach jahrelangen Witzeln der Community auf Kosten von Jeff Bezos oder in BitterDB-Vortriebwerke bleiben, hat man den Erststart wegen der Explosion eines Oberstufen-Teststandes weiter verschieben müssen. ULA ist ja als Joint Venture aus den Raketen-Startsparten von Boeing und Lockheed Martin entstanden. Aktuell soll ULA ja zum Verkauf stehen. Potenzielle Käufer könnten Blue Origin, aber auch Amazon sein. Blue Origin würde so auf einen Schlag plötzlich dann doch zum Startanbieter werden und das bevor die Entwicklung der New Glenn-Rakete abgeschlossen ist. Ja, Amazon wiederum hat mit dem Kuiper Internet-Satelliten-Konzentrationsprojekt vielleicht ein Interesse, die bereits jetzt schon gebuchten 38 Starts der Vulkan-Rakete unter dem eigenen Dach zu behalten. Ja, und das bringt uns fast automatisch zur nächsten News. Der erste Mondlander der privaten US-Firma Astrobotic ist in Florida angekommen. Der Peregrine Lander wird jetzt für den Start an Bord der ersten Vulkan Center von ULA vorbereitet. Der geplante Starttermin ist, wie ich letzte Woche ja schon berichtet hatte, für den 24. Dezember geplant. Peregrine trägt 21 Nutzlasten, darunter 5 von der NASA und auch die kommerzielle DHL-Nutzlast, mit der Kunden ein Paket auf den Mond schicken können. Am spannendsten finde ich ja die DLR-Nutzlast, denn der Strahlungsmesssensor vom Typ M42 ist mit dabei. Der ist ja schon bei den Phantomen Soa und Helga mit Artemis 1 um den Mond geflogen. Tatsächlich haben wir seit Apollo keine guten Daten davon, wie die Strahlungsumgebung auf dem Mond ist und wie sie sich auf den menschlichen Körper auswirken könnte. Ja, meine Technik-Episode zu diesem Thema, die gehört zu meinen Lieblingsepisoden, die verlinke ich euch unter dem Video. Die Peregrine One Mission soll der erste kommerzielle US-Mondlande-Versuch werden. Sollte der gelingen, wäre es tatsächlich die erste kommerzielle Mondlandung überhaupt. Sollte mit Vulcan-Rakete oder Peregrine Lander, immerhin ja beides Prototypen auf dem Erstflug, etwas schief gehen, steht die nächste kommerzielle Mondlande-Mission in den Startlöchern. Da würde ich mir um die Rakete weniger Sorgen machen. Mit einer Falcon 9 von SpaceX möchte Intuitive Machine seinen Mondlander Nova Sea ab dem 12. Januar starten. Hier eine Korrektur zur letzten Woche. Ich hatte fälschlicherweise behauptet, dass Kühlmittel, welches aus dem lecker schlagenden Radiator am Nauka-Modul ausgetreten ist, sei giftiges Ammoniak. Das ist nicht korrekt. Ammoniak, das wird zwar im Kühlkreislauf des amerikanischen Teils der Station verwendet. Die russischen Module, die nutzen ungiftiges Phryon. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen. Apropos ISS, diese Woche haben Jasmine Mock Bailey und Laurel O'Hara einen Weltraumausstieg absolviert. Hauptgrund war das Auswechseln eines defekten Gelenklagers, mit dem die großen Solarausleger der Station auf die Sonne ausgerichtet werden. Aber es gibt ja tatsächlich zwei permanent besetzte Raumstationen da oben. Die Langzeitbesatzung der chinesischen Station von Shenzhou-16 ist auf die Erde zurückgekehrt, nachdem sie ja von Shenzhou-17 abgelöst wurde. Als ich die Bilder der Landung gesehen habe, ist mir der Atem gestockt. Sowohl der Aufschlag als auch das Rollen der Kapsel nach dem Aufsetzen sah dann doch sehr extrem aus. Im chinesischen Staatsfernsehen wurden dann aber Bilder der Crew gezeigt, die hoffen lassen, dass die Crew unversehrt ist. Wie es in so einer Kapsel bei einer ruppigen Landung aussieht, das zeigt ein Video der Soyuz-Crew um die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti. In der russischen Soyuz und vermutlich auch in der chinesischen Shenzhou, die ja nach dem sowjetischen Vorbild entwickelt wurde, gibt es eine Reihe an Sicherheitsvorkehrungen für so eine Landung. So wird die Kapsel kurz vor dem Aufsetzen durch Bremsraketen verlangsamt und die Sitze werden hochgefahren, um vor der Landung Platz für ein Dämpfersystem zu schaffen. Interessant für euch vielleicht auch. Der erste Deutsche im All, Sigmund Jen, der hat sich bei seiner Landung mit Soyuz-29 einen bleibenden Wirbelsäulenschaden zugezogen, was, soweit ich weiß, aber erst Jahre später bekannt wurde. Das chinesische Raketen-Startup iSpace hat erfolgreich ein Raketen-Prototypen gestartet und diesen dann auch sicher propulsiv gelandet. Das ist ganz klar ein Meilenstein auf dem Weg zu einer wiederverwendbaren Trägerrakete. Der Test ist vergleichbar mit dem Grashoppertest von SpaceX, die ja den Landen der Falcon 9 vorausgegangen waren. Diesem Vorbild will man ganz offensichtlich auch in China nacheifern. Zur Einordnung, die einstufige Hyperbola-2Y-Rakete hat einen Durchmesser von 3,35 Metern und eine Länge von 17 Metern. Angetrieben wird sie mit flüssigem Methan und Sauerstoff. Bei dem Test am 2. November wurde die Rakete vom Jinkuan Satellite Launch Center gestartet. Die Rakete erreichte eine Höhe von 178 Metern und führte dann eine kontrollierte Landung nur wenige Meter vom Startpunkt durch. iSpace möchte die in Entwicklung befindliche Hyperbola-3-Rakete mit einer wiederverwendbaren ersten Stufe entwickeln. Also ähnlich zur Falcon 9. Die Firma plant einen ersten Flug der Hyperbola-3-Rakete in eine niedrige Erdumlaufbahn für 2025. Die maximale Nutzlast wird mit 13,4 Tonnen angegeben. Eine Demonstration der ersten Stufenwiederlandung wird im Jahr 2026 erwartet. Die 69 Meter Rakete soll dann wiederverwendbar 8,5 Tonnen in den Leo befördern können. Apropos letzte Woche. Wir hatten am Dienstag, den 31. Oktober, einen Starlink-Start von Cape Canaveral und ein langer Marsch 6a-Start von Taichuan mit einem Erdbeobachtungstathleten. Ja, und am Donnerstag, den 7. November, einen Spaceship-Two-Flug mit Passagieren. Vermutlich der interessanteste Passagier, Dr. Alan Stern, Chefwissenschaftler der NASA New Horizons Mission zum Pluto. Am Freitag dann ein langer Marsch 7a-Start in Richtung Geo und am späten Abend ein weiterer Starlink-Start von Cape Canaveral. Bemerkenswert, Booster 10-58 ist zum 18. Mal geflogen und auch wieder gelandet. Der befindet sich jetzt tatsächlich vor seinem 19. Flug. Unglaublich. Generell ein Booster, den man sich merken sollte, der hatte nämlich auf seinem ersten Flug mit Demo 2 Duck & Bob ins All gebracht und nach der Außer-Dienststellung des Space Shuttles den amerikanischen Crew-Zugang zum Weltraum wiederhergestellt. Der Startplatz Andoja in Norwegen ist der erste betriebsbereite Startplatz für Orbital-Raketen in Kontinental-Europa. Die Woche hat Kronprinz Hakon von Norwegen den Startplatz feierlich eingeweiht. Das ist für uns natürlich besonders interessant, weil von dort die Spektrum-Rakete von Isar Aerospace starten soll. Dementsprechend bedeutet die Eröffnung des Startplatzes für Isar Aerospace natürlich einen entscheidenden Meilenstein auf ihrem Weg zum ersten Testflug in einen Orbit. Isar Aerospace befindet sich laut eigener Angaben in der Endphase der Vorbereitung für genau diesen ersten Testflug der Spektrum-Rakete. Aktuell wird die Hardware für den ersten Flugtest gebaut. Ja, die beiden Raketenstufen, die müssen dann natürlich noch Abnahmetests durchlaufen. Offiziell gab es noch keine neuen Informationen, wann dann der erste Start erfolgt. Die letzte Angabe, die ich kenne, lautet noch 2023. Viel Zeit bleibt da aber nicht mehr. Meine Episode über Isar Aerospace, die verlinke ich euch unter dem Video. Cooler Laden! Die NASA Artemis Accords für die weitere Erforschung des Symones haben mit den Niederlanden und Island zwei weitere Mitglieder. Ich bitte in den Kommentaren um Weltraum-Holländer-Witze, den besten lese ich nächste Woche vor. Die NASA-Raumsonde Lucy hat ihren ersten Asteroiden-Vorbeiflug absolviert. Nach ihrer kurzen Begegnung mit dem Hauptgürtel Asteroiden Dinkinesch wurden Signale empfangen, die jetzt ausgewertet werden. Hauptziel dieses Vorbeiflugs war der Test der Hardware, insbesondere der Verfolgungssteuerung, die bei hohen Geschwindigkeiten immerhin etwa 10.000 km pro Stunde Differenz zwischen Ziel und Sonde das Ziel noch im Sucher behalten muss. Jetzt stellt sich heraus, am 1. November flog Lucy nicht nur an ihrem ersten Asteroiden vorbei, sondern gleich an zwei Asteroiden. Die ersten Bilder enthüllen nämlich, dass der kleine Hauptgürtel-Asteroid Dinkinesch tatsächlich ein binärer Asteroid ist. Nach einer vorläufigen Analyse der ersten verfügbaren Bilder schätzt das Team, dass der größere Körper an seiner breitesten Stelle knapp 800 Meter breit ist, während der kleinere etwa 220 Meter misst. Laut NASA ähneln diese beiden Asteroiden dem erdnahen Asteroiden-Doppelgänger Didymos und Dimorphos, die ein Dacia per Volltreffer aus seinem eigentlichen Umlaufzyklus gestupst hat. Genug Zeit, die Unterschiede herauszufinden und die Daten zu analysieren, hat das Lucy-Team erst einmal. Das Hauptziel der Mission, die Jupiter-Trojaner, die werden erst 2027 erreicht. Gefühlt ewig in der Entwicklung, der Dream Chaser von Sierra Space. Zeitgleich mit Crew Dragon und Starliner im Commercial Crew-Programm der NASA gestartet, ja, ist Sierra damals leer ausgegangen und hat sich dann auf eine Cargo-Variante konzentriert. Der Dream Chaser soll sowohl die ISS mit Fracht versorgen, als auch perspektivisch private Raumstationen, wie das Orbital Reef von Blue Origin. Sierra haut aktuell eine Menge cooler Bilder raus und arbeitet mit der NASA daran, dem Dream Chaser bei einem Thermal Vacuum-Test einen Vorgeschmack auf den Weltraum zu geben. Der Erstflug ist für den zweiten Flug der Vulcan Centaur-Rakete von ULA im April 2024 geplant. Apropos Raumschiffe, hier unbezahlte Werbung für die GameStar, die mich zum Realismus im GameStar Field interviewt hat. Link zum Artikel packe ich euch unter das Video. Bevor wir uns die kommenden Starts anschauen, geht hier wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Hier noch im Schnelldurchgang die Starts der kommenden Woche. Am Dienstag, den 7. November, SpaceX Transporter 9, der Rideshare-Reisebus in den sonnensynchronen Orbit von der Vandenberg Space Force Base. Am Mittwoch, den 8. November, ein SpaceX-Starlings-Start von Cape Canaveral. Am Donnerstag voraussichtlich ein langer Marsch-3B-Start mit mir nicht bekannter Nutzler Song Chi Cheng. Und der Wochenabschluss dann ein ISS-Versorgungsflug mit dem Cargo-Dragon von PET-39A vom Kennedy Space Center. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön säkerig bleiben. Dein Mau.